Das war ein sehr guter Aufschlag. Da wären meine Freunde vom Eagles Golf sehr zufrieden mit mir. Ich wollte euch heute in meinem neuen Video einiges sagen über den Aufschlag. Beim Aufschlag ist es zuerst einmal sehr wichtig, dass das Handgelenk frei bewegbar ist. In den ganzen Schlägen, die ich euch in den vorherigen Videos gezeigt habe, war es ja immer wichtig gewesen, den Zeigefinger auf das Schlägerblatt zu legen. Jetzt ist es wichtig beim Aufschlag, das Handgelenk muss frei bleiben, dass man viel Rotation, viel Effet in den Ball reinbekommt. Ich zeige euch jetzt mal drei verschiedene Aufschläge, ein Seitschnittaufschlag, ein Unterschnittaufschlag und einen langen, schnellen Aufschlag. Beim Seitschnittaufschlag ist es wichtig, dass der Ball über das Schlägerblatt läuft und mit einem Effet dann nach außen wieder wegdreht. Ich zeige es euch. Er dreht nach außen weg. Zweiter Aufschlag ist der Unterschnittaufschlag. Beim Unterschnittaufschlag ist es wichtig, dass der Ball hier vorne getroffen wird, am Anfang des Schlägerblattes, dass er wirklich am Ende dann auch wieder zurückkommt, dass er vielleicht auf der Platte liegen bleibt. Er springt öfters, kann nicht angefangen werden, ist ein sehr, sehr guter Aufschlag, einen kurzen Aufschlag zu machen. Die Alternative dazu ist ein langer Aufschlag. Beim langen Aufschlag ist der Schläger offen und er wird als langer, schneller Aufschlag gespielt. Zack. Das ist die Alternative zum kurzen Aufschlag, der langen Aufschlag. Um das üben zu können, was meine Spieler ca. 500 Mal am Tag machen, sollte man sich immer Ziele setzen. Das ist auch für euch fürs Wochenende als Challenge vielleicht ganz gut. Irgendwas hinzulegen, als Zielfläche, um dann die Aufschläge spielen zu können. Für die kurzen Aufschläge für den langen Aufschlag. So, wir probieren das jetzt mal. Kurzer Aufschlag. Der war zu kurz. Der war sehr gut. Jetzt parallel in die Pfanne rein. Der war auch gut. Und jetzt beim langen Aufschlag, der sollte nach hinten kommen, so wie dieser Aufschlag. Das waren jetzt drei gute Aufschläge. Übt viel dieser Aufschläge. Wirklich ein sehr, sehr wichtiger Schlag. Bleibt zu Hause und bleibt gesund. Bis bald. Ciao, ciao.